Heute machen wir mal wieder ein Vlog-Video. Ich habe zwei Themen, auf die ich heute zu sprechen kommen möchte. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich dachte mir, ich würde mal zwei Themen ansprechen. Und fangen wir mit dem ersten an. Und zwar erstmal vielen herzlichen Dank für euer sehr positives Feedback. Und zwar betrifft es hauptsächlich diese News-Videos, die ich ja jetzt ins Leben gerufen habe. Diese News-Videos, um es nochmal für alle soweit zu klären, da es auch Missverständnisse gab, jedenfalls das, was ich so gesehen habe, kommen immer samstags. Absichtlich immer Samstag. Aufnahmestopp für neue Nachrichten ist meistens Freitag 20 Uhr rum. Das heißt also, ja, man sieht es dann auch, ich bin rechtfertig, ich drehe dann meist noch die Videos. Aber ich denke, damit kann jeder leben und werde die dann immer Samstagmorgens zeigen. Es schwankt immer ein wenig, das sage ich euch auch gleich vorneweg. Je nachdem, wie viele News ich habe, sie sollten ungefähr 10 Minuten füllen können. Wenn es zu wenig sind, setze ich ein News-Video aus und mache darauf die Woche meist dann das News-Video. Das heißt also, alle ein bis zwei Wochen, je nachdem, wie viel mir auch herangetragen wurde. Hierbei möchte ich zwei Personen besonders danken, die mir hier geholfen haben. Und zwar ist es der Jörg und der Carsten, das sind zwei meiner Supporter. Die beiden helfen mir enorm, um das überhaupt zu bewerkstelligen. Ich selbst finde zwar auch viel, bin auch in vielen Foren, Reddit und so weiter unterwegs. Aber die beiden liefern hier auch nochmal ordentlich Gesprächsstoff. Ebenfalls möchte ich mich bedanken bei vielen meiner Abonnenten, die mir auch die ein oder andere News zukommen lassen haben. Ohne euch wäre das auch nicht möglich. Und ohne euch allgemein, wenn ihr das nicht schauen würdet, wäre es dann ebenfalls eher ein Flop. Ich danke euch jedenfalls wirklich vom ganzen Herzen, dass das so ist. Ein zweites Thema betrifft die Diskussion so ein bisschen rund um Prusa. Im letzten News-Video habe ich ein bisschen erkundetan, dass Prusa einen neuen Slicer hat. Und es gab ein Kommentar, aber auch mehrere E-Mails, dass Prusa ja eigentlich nie der Rede wert wäre, weil Prusa zu teuer ist. Wir müssten hier mal ein paar Missverständnisse, glaube ich, aufräumen. Prusa ist ähnlich wie zum Beispiel auch Philips 3D mit seinem 3D-Drucker eine ganz andere Liga. Das ist nicht für euch dort im Prinzip, ja vom Grundprinzip für euch privat gedacht. Die Geräte sind teuer für die Technik, die sie eigentlich haben. Okay, bei Philips ist schon eine ganze Menge Technik drin. Der Philipp hat eine ordentliche Kiste gebaut mit seinem Printcore. Aber ihr müsst es auch mal aus einem anderen Aspekt sehen. Ihr habt es bei Philipp eigentlich eindeutig gesehen. Und wer es nicht gesehen hat, dem empfehle ich dort mal auf dem Kanal nachzugucken, wie er sein Printcore One dort wirklich zertifiziert hat. Und genau da ist der Knackpunkt. Warum sind die Dinger so teuer? Hier sind nämlich mehrere Aspekte. Erstens diese Zertifizierungsverfahren. Auch diese hat Prusa gemacht. Zweitens, ja ohne Support werdet ihr nicht weit kommen. Wenn ihr in China einen Drucker bestellt, kriegt ihr keinen Support. Das könnt ihr vergessen. Das ist nicht, ja ihr kriegt eine Art Support, ich möchte es jetzt nicht verallgemeinern. Aber das ist dann meist so, ja wir schicken dir einen Ersatzteil. Wenn euch an einem Creality was kaputt geht, der kostet 200 Euro, dann könnt ihr von gut Glück reden, wenn sie euch noch ein neues Mainboard schicken. Ihr könnt auch noch von gut Glück reden, wenn sie euch ein neues Hotend schicken. Und das kostenfrei. In der Regel? Tja, da hört es aber dann auch schon alles auf. Hier geht es um ganz andere Themen. Hier geht es um Printfarmen. Ich hatte letztens eine relativ interessante Diskussion, warum man keine Wurons in Printfarmen sieht. Jedenfalls nicht in diesem Maßstab. Das liegt ganz einfach daran. Wenn an einem Prusa was kaputt geht, dann ist jemand da und der tauscht das aus. Ganz einfach. Punkt. Wenn an denen irgendwas ist, es ist immer eine Möglichkeit. Es kommt alles aus einer Hand. Und zwar wirklich, dass man sagen kann, ey passt auf, liebe Prusa-Leute, ich möchte jetzt meine ganze Printfarmen mit Prusa XLs machen. Ich möchte davon 300 Stück haben. So, und dann kommt ein Prusa und sagt, okay, machen wir 300 Stück. Was brauchst du denn noch? Besser wäre noch, wenn du das, das, das. Man bekommt noch eine Beratung dazu. Man setzt sich also da nicht mit Nullwissen hin, sondern bekommt eine Beratung. Und selbst der größte Laie kann im Prinzip dann eine Printfarm aufbauen. Und zwar mit allen Extras, allen Schikanen. Und das kostet Geld. Und das spiegelt sich in der Regel im Gerät selbst wieder. Nicht in irgendwelchen anderen Sachen. Wie gesagt, selbst Philipp hat mit seinem Printcore One ganz schöne Torturen durchmachen müssen. Und diese Torturen, ja, wer macht das von den anderen Herstellern? Keiner. Viele haben ihn damals belächelt und haben gesagt, ja, wozu? Wozu machst du diese ganzen Messungen, diese Dokumente, diese ganzen Abnahmen? Und das hat Philipp aus einem Grund gemacht. Und zwar, dass dieser Drucker auch in Farmen eingesetzt, dass er kommerziell eingesetzt werden kann. Das ist nämlich mit so einem 0815 Drucker gar nicht so ohne. Ihr müsst in Deutschland, gerade hier in diesem Land, wo viele Bestimmungen sind, auch ganz viele Einheiten. Und glaubt mir, der Gesetzgeber ist da streng. Sehr streng. Tja, aus dem Grund braucht man dann solche Geräte. Deswegen werdet ihr auf Printfarmen auch nicht sowas finden wie ein Ender 3. Das werdet ihr im Maßstab, im großen Maßstab nicht finden. Ihr findet eher Prusa, ihr findet Ultimaker. Diese ganzen Drucker, das sind so die Hauptpferde. Und dann kommen wir natürlich noch zu den großen Industriedruckern. Wir reden jetzt hier aber eher von dem Segment für die privaten und kommerziellen. Die großen Industriedrucker für ein paar tausend Euro, das stellt sich sowieso keiner hin. Philipp seiner zum Beispiel zielt auch unter den etwas hochwertigeren, großen Industriedruckern. Denn hier ist nämlich auch eine ganze Menge passiert. Tja, und Philipp wird da auch seinen Support machen. Das sehe ich ganz einfach so kommen. Und das solltet ihr euch dabei immer im Hinterkopf behalten. Prusa ist ein Segment, das man sich privat kaufen kann. Aber es zielt nicht auf privat unbedingt ab. Schade ist ein bisschen, dass Prusa natürlich mit den kleinen groß geworden ist. Und leider jetzt nur noch hauptsächlich auf die großen sich fokussiert. Ihr könnt aber natürlich noch einen anderen Drucker bekommen. Wie habe ich es letztens so schön gesagt? Bettschubser. Da wurde sich auch drüber beschwert. Hat jemand einen anderen Namen dafür? Die heißen im Englischen Betzlinger. Wie nennt ihr die denn? Bettschubser ist doch eigentlich kein schlimmer Begriff. Empfand ich jedenfalls so. Das wollte ich nur mal einmal gesagt haben. Vielleicht sagt ihr mir mal eure Meinung da unten. Und natürlich auch, was ihr als Alternative, als Bettschubser. Ich lasse mich auch gerne belehren und benenne die Dinge anders. Also lasst es mich in den Kommentaren wissen. Das soll es heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020